servus und willkommen zu einer neuen folge von gt new horizon ja beim letzten mal haben wir uns ja angestellt wie die letzten mal wieder bei uns im ebf und auch da ja uns wurde gesagt wir sollen noch mal ein zweites kabel anschließen denn das ding braucht vier ampere und ein lv energy hat kann nur zwei ampere hofern darum braucht man auch zwei jetzt wissen wir das auch wir haben das ganze ding noch mal abgerissen ich habe noch mal lötkolben und alles drum und dran dran macht also man muss halt dann da reingehen wie gesagt den lötstahl haben das löt eisen ein klicken hammer ein klicken rent ein klicken grober ein klicken soft hammer ein klicken rent rein klicken und dann ist das ding hier repariert so genau dann wurde sollte mir wurde uns gesagt wir sollten mal versuchen zu lesen was da dort steht und zwar da steht dort man braucht einen circuit nummer 19 glaube ich um aluminium herzustellen hobbit so jetzt habe ich das aluminium nach unten ich gehe mal runter dass ihr das noch mal seht dass das ding auch jetzt funktio nuckelt so wir haben wie gesagt zwei steam dinge dran und das sind jetzt fünf batterien drin das heißt 500.000 eu das heißt wir könnten eigentlich zwei aluminium das man genau da kann es nicht rein da kann es rein er springt nicht an das heißt ich enable ihn mal was auch jetzt geht es nicht oder hast du ein circuit gewechselt das kann doch jetzt nicht wahr sein guck mal ich meine 19 war das der naja ist 19 ich habe nachgeguckt sind genügend batterien drin wir haben 500.000 eu also mehr geht nicht die wollen nicht da wollen nicht dass mir das zeigen habe ich auch gerade gemacht ich habe auch so was einstecken das nennt man verarsche aber es ist kein liquid drin dass es nicht geht es ist aluminium drin und unten ist wieder batterie leer ich werde wahnsinnig leute ich werde wahnsinnig ja siehste da noch guck mal nach wieder einen falschen falschen circuit drinnen doch ein falsches circuit ok dann bin ich blind ich habe da auch meine ich habe dieselbe zahl gelesen und da läuft ok hier schon wieder ja wir haben halt kein strom mehr wir haben nicht mal mehr genügend material um überhaupt auch die anderen laufen zu lassen sie sind auch leer da ist noch eine voll ja mittlerweile haben wir gemerkt wird verbrauchen zu viel energie bisschen was müsste er wieder laufen aber pass auf das sind nur 250.000 eu drin sein tank frisst glaube ich ein bisschen mehr so aber warum dass ich das falsch gelesen habe weiß ich nicht glaubt was bestimmt beim tiny pale oder irgendwie so oder brauche bestimmt wieder einen anderen circuit als das kann sein so aber ihr seht wir haben den schon ein paar mal laufen lassen wie gesagt das hat der funktio nuckelt aber man sieht die fünf batterien werden gerade leer gesoffen für ein ingot so er ist durch das heißt da hinten ist jetzt einer drin sechs stück sehr schön um machine casing zu machen brauchen wir ja 9 das können wir vergessen aber wir brauchen was anderes und zwar rohrschalter braucht was ich brauche was so wir gehen an unsere lathes und unsere lathes kriegt ein aluminium rein läuft 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 wie die sau und wir haben ein aluminium rot in diesem aluminium rot schmeiße ich jetzt sind die cutting maschinen und wir haben vier aluminium rot schmeiße ich wieder in delays und wir haben dafür aluminium schrauben so dann heißt das jetzt ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ähm ja am besten am besten hören was brauche ich denn um eine tool fortschritt zu stellen ähm wir haben eine quest abgedatet hahaha ähm vier stück brauche ich noch 9 18 wir haben wir haben jetzt danach kein eisen mehr sowieso nicht mehr haben wir sowieso nicht so aber ich habe eine quest abgeschlossen oder fast abgeschlossen da gehe ich jetzt mal hin ähm und zwar your first wand ha 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 dafür brauche ich noch im brinkler netz dick im brinkler netz dick brauche ich einen carpenter für einen carpenter brauche ich wat oh ne könne ich an der sampling machine machen wo kriege ich ein seed oil her fluid extractor den haben wir doch schon oder das geld maschinen mit circuit nummer zwei das ist sehr schön hast du mir mal schnell den circuit zwei machen bitte kannst auch den 12 um switchen auf 2 immer schnell ein bisschen holen dumm 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 wir haben ein bisschen was da wovon haben wir das meiste 33 stecks davon einmal steck weizen bitte danke sie draus machen auf dass das klappt macht man denn den scheiß 2 im flot extractor ich hoffe dass eines der gereicht hätte ich vielleicht mal nachschauen sollen um den impregnenden stick herzustellen brauchen wir 50 um 50 herzustellen brauche ich ernst jetzt zwei sieht es sind drei ach das wird gleich schön um die dumm ich sehe gleich rohrschneider an der schmelze stehen ich weiß nicht warum was nee das bereue ich jetzt noch nicht über diesen blöden tank fertig kriegen so dann heißt es jetzt fluid soll die feier das nächste chemik dann müsstest du das ist der extractor da hinten ist der flot soll die feier ha 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 ranz habe ich nicht das heißt wir brauchen den tank drüber da ist was drin haben wir noch irgendwo ein tank rumfliegen ich nicht dann nennen die ganzen tanks hin vier stück stehen hier draußen einer steht hier einer steht da einer ist da oben und auf der ölpumpe ist schon mal noch einer ja da ist es nicht gut ja ja ganz so viel oxygen mhm hab ich jetzt den tank her indem du dir die ämte zellen nimmst und das oxygen aus dem tank rausnimmst das ist eine idee ja ist leer ja dann kommst du jetzt da rein ich glaube das ist trotzdem der falsche ich bin gerade mal wieder weiss schon wird geistig komplett verwirrt ein fluid extractor die maschine aber nicht basic fluid extractor steht auch hier ein bisschen verwirrt hatte maschine aus der ecke rum ok ja es ist früh zwölf Uhr mittags ja für mich ist das früh am samstag auch da ist das noch nicht frei ja ich habe mich kurz entführt So, wie viel habe ich denn? 20. 20. Einer sind 5, 25, 30, 35, 40, 45, 50. So, und du hast deine Platten wieder. Ich brauche 12, 24 Bronzeplatten. Das macht Spaß. So, äh, la, 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 la. Das heißt, jetzt ich brauche, öh, ich brauche, also das habe ich. Jetzt brauche ich die Iron Wand Caps. Dafür brauche ich Eisenfolie. Ich brauche Eisenschrauben. Und Eisen-Eisenring. Juhu! Das heißt, ähm, in die Lays kommt mal das rein. Da habe ich jetzt zur Akku Nr. 2 auch noch in der Tasche. Ich weiß keiner. So, das war so. Und ihr seht gerade, ich habe bei mir noch einen Mod hinzugefügt. Und die habe ich schon. Das heißt, ich kann jetzt rotaten. Das ist das Schöne. Darum habe ich den mit rein. Das ist ein Klein Mod. Braucht man auch auf keine Server schmeißen. Brauchschneider, glaube ich, hat ihn nicht drauf. Ich habe ihn drauf. Den finde ich, den finde ich ganz, ganz nützlich mittlerweile. Wie heißt der? Crafting... Crafting Tweaks, glaube ich, müsste er heißen. Richtig, Crafting Tweaks. Da kommen diese drei Buttons dazu. Gut, ähm, ich brauche für den Iron Band einen Ring und Schrauben. Diese Schrauben haben wir denn? Zwei. Echt jetzt? Ein Kupfermeer. Kein Eisen mehr. Ich kann auch mit singen. Und die Aluminium-Inget schmeiße ich mal in unsere schöne Tonne da rein. So, wie weit sind denn unsere vier Eisenblöcke? Die sind sehr weit. Sehr schön. Können wir das auch noch abschließen? Und zwar, ich brauche eine Toolstation. Ich brauche einen Serial Stone Slap. Kannst du mir einen Serial Stone Slap machen? Irgendwie? Was willst du jetzt machen? Einen Serial Stone Slap. Eine Tool Fort will ich bauen. Okay. So, Hammer und Feile, Hammer. Da ist der Hammer. Feile hier hin. Hammer hier hin. Ich habe zwei Ringe. Wegräumen. Ich weiß nicht, was gleich wird er brauchen. Okay. Okay. Das ist jetzt das Schöne. Ich lege das jetzt einfach so rein. Jetzt drücke ich drauf. Jetzt soll es verteilen. Jetzt ist es falsch rum. Hä? Sind wir noch falsch rum? Oder habe ich jetzt irgendwas verpasst? Ach ja, ich brauche hier Eisenschrauben. Und keine Eisen-Rots. Ich hält. Das heißt, mein Cutter. Und ab in die Lace. Und ab in die Lace. Und ab in die Lace. Ich habe zwei Wond Caps. Detected. Naga Scale. So, und jetzt muss ich diesen Zauberstab basteln. Ich brauche dafür vier Aluschrauben. Na, herzlichen Glühstrumpf. Da ist doch bloß ein Aluminium. Naja, ich weiß. So, dann brauche ich dieses Naga-Zeug. Das müssen wir, glaube ich, drüben irgendwo rumfliegen haben. Ja. Also das, was eigentlich für mich am Anfang am schwersten ausgesehen hat, hat man als erstes. Muss ich nur noch rausfinden, wo es Rohrschneider hingeräumt hat. Was? In der ersten Küste da links irgendwo. Naja. Irgendwo. Da hast recht. Ja, hier oben sind zwei Stück drin. Naga Scale. Da sind es. Das sind 18. So, war, glaube ich, so. Und was hat jetzt noch die zwei Caps? Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Jawohl, ich habe unseren Zauberstab. Ich habe den Zauberstab. Endlich. Super. Oh. Muss ich den bauen? Oder reicht es, wenn ich das habe? Das habe ich ja. Das liegt ja da drüben. In der Kiste. Du hast ja nicht mehr in welcher, aber es liegt in einer. Hier. Sehr schön. Claim. Aufgabe abgeschwert und Claim. Was gibt es denn zum Claim? Lustige Säckchen. Und dann wieder Gold zu gewinnen. Noch mehr Gold zu gewinnen. Und einen goldenen Apfel. Mal wieder. Aber Gott sei Dank müssen wir die nicht bauen. Also unsere Yellow Heart Container, wenn die standarden Rezepte gelten, haben wir. So hast du mir diesen Teil da gebaut? Hm? Aber fertig ist. So, Ö-Quests. Schauen wir nochmal bei Novizen. Und zwar den Table. Den Table brauche ich. Slaps, Sticks, Screwdriver und Schrauben. Machen wir mal ein paar. Traust du dann bitte? Also ich brauche nochmal eine Eisensraube. Ach Mann. Irgendwie laufen bei uns mittlerweile durchgehende Maschinen. Da müssen sie. Wieder Pfeile. Oh, kommen wir dann keine Pfeile. Geh weg. So, Bolts. Bolts. Das war hier. So, im Table. Brauche ich noch Sticks. Bild noch. Bild noch. So. Das heißt, 3. 3. Und die Slaps. Wo habe ich sie hin? Da. Da. Habe ich ausgerechnet. Und was war das Letzte? Einen Schraubendreher. Da habe ich sogar noch einschrecken. So. 1, 2, 3. Schraubendreher rein. Dick raus. Und wir haben unsere nächste Quest abgeschlossen. Oh mein Gott. Ja, das geht jetzt fix im Atende. Okay. Ähm. Saumometer. Hahaha. Okay. Äh. Entrophy Shards. Wie komme ich denn hier an Entrophy Shards ran? Weißt du ja nicht. Aqua-Infused Stone? Water-Infused Stone? Ähm. Sowas habe ich noch nie mal annähernd gesehen, wo ich sowas finde. Oho. Muss ich gucken. Der spinnt schon wieder. Juhi. Aqua-Crystal-Powder. Oh. Mir ist ganz schlecht. Oho. Oho. Sag doch. Hm. Ähm. So. Mach ich mal mein Common Trasher noch auf. Nächstes Gold rein. Oxygen-Zellen kann ich auch mal aufräumen. So, und wie man die Tool-Forge baut, in diesem lustigen, schönen Pack hier, das seht ihr dann in der nächsten Folge vom Royce-Neider. Ja. Ich werde jetzt mein Inventar ein wenig aufräumen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.